Ja, Ahoi zusammen, seid gegrüßt zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin ehrlich, das heutige Video, ich hätte nicht mehr damit gerechnet, dass ich das vor meiner Seefahrt noch schaffe, aber es hat geklappt. Ich konnte nämlich meine Autofähre umbauen. Das ist eine wunderbare Sache. Von diesem Schiff existiert bereits ein Video auf diesem Kanal aus dem Jahre 2021, damals noch im ganz alten Video-Stil, aber eigentlich ganz schön mit der originalen Fähre im Hintergrund. Hier ist jetzt das Update davon. Ich hatte nämlich die Fähre mit auf der Bricks am Meer und da mochten alle das Modell, hat viel Aufmerksamkeit bekommen, was mich sehr gefreut hat. Und so habe ich dann die Entscheidung getroffen, ich muss da nochmal bei. Denn das alte Design der Fähre war gelb, wie das City-Set. Und ich wollte sie aber gerne weiß haben, weil es gibt ein Original, was ziemlich ähnlich aussieht und was ich unbedingt gerne nachstellen wollte. Bevor wir jetzt zu sehr ins Detail gehen, hole ich euch einmal eben ganz kurz ab. Einen Augenblick. Genau, hier könnt ihr die Fähre nochmal sehen vor dem Umbau. Gelb, kleinere Autorampen. Und das hatte einen Grund, warum die Fähre den gelben Rumpf hatte. Denn es gab mal von Lego, lange ist es her, dieses Set. Die 60119 aus dem Jahr 2016. Ein Jammer, dass heutzutage niemand mehr dieses Set auf dem Zettel hat. Weil, ähm, ein bombastisches City-Set. Absolut großartig. Und dieses Set ist der Grund oder die Grundlage für mein Mock. Definitiv. Ähm, ja, die Ähnlichkeiten sind nicht von der Hand zu weisen, das ist klar. Ich habe das Set damals auch schon gebraucht gekauft. Also, als ich auf die Idee gekommen bin mit dem Mock, gab es das Set nicht mehr am Markt. Und somit, äh, ja, musste ich selber tätig werden. Aber, das wurde ich dann ja auch, ne? Merkt euch einmal kurz diese Optik, weil das ist gleich noch einmal wichtig. Genau, wenn wir jetzt nämlich mal wieder zurückgehen, hier zu der Fähre, dann sehen wir einiges wieder. Also, die grundsätzliche Form natürlich. Das grüne Deck erkennt man wieder. Und, ähm, ja, halt so die äußere Form auch. Meine Fähre ist verlängert um acht Noppen mindestens. Ja, um acht Noppen. Damit wir quasi in der Mitte, wenn ich die Autos hier einmal runternehme, könnt ihr sehen, sind im Endeffekt drei Sechzehner Fliesen in grün, die die Basis bilden. Und, äh, deswegen habe ich das Deck dann auch grün gelassen. Ansonsten die Brückenfenster sind schwarz geworden, weil mir das optisch besser gefallen hat. Und, äh, ja, ansonsten die Fenster halt auch so ein bisschen angepasst. Lichterführung natürlich schön entgegengesetzt, damit immer in die jeweilige Richtung, in die sie fährt, die richtigen Lichter anliegen. Und ansonsten halt ein bisschen kreativ, äh, ausgetobt. Bevor ich jetzt noch weiter auf das Mock eingehe, möchte ich euch einmal ganz kurz das Original zeigen, woran es angelehnt ist. Genau, hier haben wir nämlich das Original, die Fritz Medellanis. Diese Fähre verkehrte über ein halbes Jahrhundert, ähm, zwischen Köln-Lange und Leverkusen-Hittdorf. Auf einem Ort, ja, wo ich in Teilen auch aufgewachsen bin. Teile meiner Familie kommen daher. Ich bin mit der Fähre viel gefahren, als Gast. Und, äh, die wollte ich unbedingt halt damit symbolisieren, äh, nachbauen, sinngemäß. Ihr seht vieles, was, ähm, auch nicht passt. Ja, die Form der Klappen da vorne, die Farbe der Klappen, die Farbe des Brückenhauses, die schwarzen Fenster passen. Deswegen sage ich explizit, es ist daran angelehnt. Es ist keine 1 zu 1 Nachbildung. Was natürlich mit unseren Legosteinen auch nur schwer möglich ist. Und dennoch finde ich, dass das sehr, sehr gut getroffen ist. Kann man gar nicht anders sagen. Genau, äh, da wir das Mock im Detail noch nicht, äh, hier hatten auf dem Kanal, wollte ich es euch gerne zeigen. Ich hoffe sehr, dass jetzt auch soweit alles hält. Genau, dieses Auto lag beim Set damals mit dabei. Es ist ein klassisch minimalistisches, äh, City-Auto. Aber erfüllt halt seinen Zweck. Dann haben wir noch ein zweites Auto, das, was mir hier gerade kaputt geflogen ist. Das ist dieses hier. War mal ein, äh, Lego-Set. Und zwar die, äh, 60-240. Die 60-240 aus dem Jahr 2019. Habe ich damals auch noch für dieses Mock gekauft. Ja, ist halt ein schöner Pick-up mit dem Kajak drauf. Eigentlich müsste das Kajak mittlerweile weg, weil das könnte man aus der Ferne für ein Rettungsboot haben. Aber, also, ich wollte halt ganz gerne noch ein, äh, vernünftiges Auto da drauf haben. Und nicht dieses Gerippe wie das Rote. Ich muss da nochmal Hilfe. Also mal wieder. Ähm, genau. Ich wollte gerne noch ein Auto haben, was ein bisschen vernünftiger aussieht. Und nicht, äh, was so ein Gerippelz. Ja, dann zum Mock. Ich habe ja schon gesagt, die Basis bilden drei 16er Fliesen in grün. Dann haben wir da vorne das, äh, Gebilde mit dem Steuerstand. Eine kleine Leiter noch, damit der Kollege nach oben kommt. Wir haben zwei Pylonen, die man mal gebrauchen könnte. In orange ein Mitarbeiter, davor ein Fahrgast. Bisschen Fahne. Zwei Scheinwerfer, die im originalen Set auch dabei sind. Nach hinten haben wir Mülleimer. Genau. Wir haben hier in der Mitte die beiden Poller. Also hier und hier haben wir jeweils Poller. Die dienen tatsächlich dem Anlegen. Also man könnte die Fähre theoretisch ja auch mal irgendwo festmachen. Da braucht man dann auch die Ketten. Für so im Fahrbetrieb habe ich die quasi so als Absperrung. Ist realistisch, weil die alte Fritz Medellanes, also die Hitley, äh, das Original, hatte das auch. Ähm, jetzt ist das so wie hier. In meinem Mock, äh, nicht so wirklich sinnig. Aber das Original hätte seine Klappen ja nur so gehabt. Während der Fahrt. Und da ist das schon wieder sinniger. Jetzt hier bei meinem Modell, wo die Klappen so hoch sind, äh, da geht das. Jetzt zu den Klappen kommen wir gleich noch. Ich drehe das Schiff einmal um. Dann seht ihr auch hier die Beschriftung mit Monheim-Anwalt 1, dem Sponsor, der da drauf war. Hier muss noch einmal der Schiffsname drauf, wie wir vorhin auf dem Foto gesehen hatten. Dann, äh, das Foto war was Neuer. Ich hatte mich orientiert an Fotos von Marine Traffic. Da, ähm, war das noch nicht mit drauf. Ja, so sieht es von hier aus. Ein kleiner Nachteil, den wir jetzt haben, man konnte eigentlich das Brückenhaus so Jumper-mäßig abnehmen. Das geht jetzt nicht mehr, weil, ähm, das hier unten, das sind keine Fliesen mehr, sondern Platten. Da waren vorher graue Fliesen drin. Light-Douche-Grey-Fliesen, damit man das schön modular abnehmen konnte. Ich wollte das gerne schwarz haben, und ich hatte keine schwarzen Fliesen mehr. Deswegen ist das jetzt alles mit Plates, und man bekommt das Ding nicht mehr ab. Jetzt muss man mal gucken mit dem Licht. Wenn man da von oben reingucken, wir sehen vier Antennen, die Steuerhebel darstellen, und zwei Lenkräder. Für jede Richtung eins. Ähm, bis auf die Antennen war das im originalen Set auch so. Die vier Steuerhebel sind auch tatsächlich für die alte Fritz Medellanes so ein bisschen, weil, ähm, die hatte vier Azipods. Die hingen jeweils in den Ecken, also quasi hier, hier, hier und hier. Hing jeweils eine Schraube unterm Schiff, die konnte man alle unabhängig voneinander drehen, und so war das Schiff dann vergleichsweise manövrierfähig. Das ist so ein bisschen die Story dahinter. Also Fuß quasi auf der Realität. Ähm, genau. Ja, dann, ihr seht selber, deswegen auch, sage ich immer, angelehnt an das Original. Hier, die sind halt komplett offen hier. Das Original hatte hier einen Aufenthaltsbereich, beziehungsweise es hatte sogar zwei, ein Backboard, ein Steuerboard. Ist halt hier nicht möglich. Das gibt der Maßstab nicht her. Aus diesem Grund musste ich darauf leider verzichten. Wir haben zumindest die Fensteroptik, das ist schon mal gut. Und da muss man dann halt leider, wie immer bei meinen Mox, einen Kompromiss eingeben. Und der Kompromiss hier, ist halt eben, dass wir nur die Wand haben. Ansonsten ein paar Noppen, dass man Fahrgäste auch festmachen kann. Kann man jetzt gerne, wenn ihr da Bock habt in den Kommentaren, darüber diskutieren, ob das Fliesen nicht doch besser wäre für die Optik. Ich finde, so geht es eigentlich sehr gut. Dann kommen wir noch kurz zu den Klappen. Die sind nämlich bedeutend größer als die alten. Das sind, also das originale Set hatte vier Noppen tiefe Platten. Die konnte man dann so komplett im 90 Grad Winkel auch anwinkeln, hochklappen. Sah bedingt gut aus. Hat für das Set aber getaugt. Jetzt wollte ich gerne, weil ich wollte ja wie gesagt nachahmen, dass die Platten, die Klappen etwas größer werden. Und deswegen haben wir diese Konstruktion. Ihr seht selber, das Ding ist jetzt im Endeffekt acht Noppen tief, beziehungsweise neun Noppen tief. Es ist eine ungerade Noppenzahl, leider. Ich weiß nicht, was heißt leider. Ich mag das halt nicht so gerne. Sind nur sieben Noppen, ne? Ja, sind nur sieben Noppen. Ich hatte Mathe zwar im Studium, aber das ist lange her. Sieben Noppen Tiefe. Und ja, dann hier vorne. Ich finde eigentlich auch die Optik. Ich hatte keine Slopes mehr in grün, deswegen sind das die grauen aus dem Set geblieben. Ich muss aber sagen, das sieht gut aus. Also das kannst du toll so lassen. Das stört mich persönlich überhaupt nicht. Ja, und hier die weißen Slopes, die sehen dann natürlich auch vergleichsweise gut aus. So kannst du das halt hier auch schön anwinkeln, ohne dass du da gegen die Ecke von einem Brick knallst. Finde ich persönlich optisch wirklich, wirklich gut. Und ja, auf der Seite hier geht es tatsächlich. Das ist die bessere Seite. Wenn wir auf die Seite hier drüben gehen und du hast da die, wenn ich die hier in so einem Winkel lasse, das ist jetzt der Vorführeffekt. Scheiße. Also eigentlich beim letzten Mal war das auch immer so, die ist einfach so runtergeklappt. Jetzt habt ihr es gehört, hinten auch. Die halten nicht. Auf dieser glöden Höhe. Jetzt natürlich, wo ihr zugeguckt habt, haben sie gehalten, aber eigentlich haben sie nie gehalten. Ja, jetzt hält sie nicht. Deswegen klappe ich die immer so ganz hoch, dann halten sie. Wie gesagt, nicht realistisch, aber immer noch besser als die vier Noppen-Tiefe, die angeschrägt im 90-Grad-Winkel stehen. Genau. Das ist das Mock. Ich bin äußerst zufrieden. Wie gesagt, freue mich sehr, dass ich sie noch fertig bekommen habe. Und ja, schönes Backup. Wird jetzt erstmal nicht auf die Ausstellung mitkommen, weil ich bin voll, was das angeht. Aber war eine andere schöne Idee dafür. Von daher gucken wir mal. Gut. Heute endlich mal ein etwas kürzeres Video. Das könnt ihr nächste Woche wahrscheinlich vergessen. Und ja, nächste Woche kommt schon das nächste. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Lasst mir gerne in den Kommentaren eure Meinung zu diesem Set da. und habt eine gute Zeit. Ich melde mich ab. Bis dann und tschö.